Der böse, böse Wald und der böse, böse Wald ist mein Wald. Na, danke. Ich sehe es aber mal so. Besser durch den bösen, bösen Wald als durch den bösen, bösen Friedhof. Ha, ha. Dafür habe ich die Statuen gemacht, stell dich nicht so an. Das wäre jetzt ein längeres Spiel geworden. Das wäre auf jeden Fall ein längeres Spiel geworden. Zwischenbilanz, Kickstarter nimmt weiter zu. Mittlerweile sind wir bei knapp 900 Euro angekommen. Tendenz steigend. Für die ersten paar Stunden bin ich damit immer noch ziemlich zufrieden. Morgen werden dann auch die ganzen Social-Media-Kanäle von uns natürlich auch nochmal die Kickstarter-Links rausgegeben und auch nochmal an jeden YouTuber, Twitch-User, den wir in Kontakt haben, nochmal verlinkt. Mit der Bitte ist auch weiter zu linken und weiter zu posten. Also nicht wundern, wenn ihr den Link morgen auch nochmal doppelt oder dreifach kriegt. Wer es schon hat, dann einfach die Nachricht ignorieren, der kennt es ja schon. Und da ich ein alter Mann bin, ich kann mir eh nicht jeden merken, der jetzt heute Abend anwesend war. Laufen, 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 laufen. Sehen die Zuschauer wenigstens, was wir mit Licht spielen hier. Da kommt er. Ruff. Hast du Platz? Fast vergessen. Die Taste ist nicht optimal gewählt. Ein paar Mäuschen. Braver Köter. Geht schon. Aber es ist ja... Wahrscheinlich wäre... Irgendwie ui, 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 oben wäre besser gewesen. Sitzt, Letzi. Das Problem ist, gleich so der Punkt erreicht, wo mir dann auch die Tatsache nicht mehr hilft, dass ich es programmiert habe oder kenne. Böser Hund. Hast du Platz? Feiner Hund. Ich hab's gehasst, die Irrenanstalt. Ich hab's gehasst, die Irrenanstalt. Das passt doch gar gut. Feiner Hund. Ich hab's gehasst, die Irrenanstalt. Nach Irrenanstalt ist eigentlich einfach. Nach Irrenanstalt ist eigentlich einfach. Nach Friedhof ist eigentlich auch einfach. Ich hab auch nichts aus dem Schlüssel. Ruhig, Bello. Hast du Platz? Feiner Hund. Feiner Hund. but... ... Ich sehe die Drecks auch nicht, Alter, kommt da. Braver Köter. He he he. Komm, put, put. Schön weitergehen. Mist. Ja, da kommt er wieder. Scheiße. Und auf Fahrt ist der wirklich sehr kompromisslos, weil er keine Fehler macht. Ja, dann hast du noch eine gewisse Chance, weil du halt dann noch eine gewisse Reaktionszeit da drin hast, in dem Hund. Selbst wenn er dich sieht, hast du noch einen Moment, um dich zu verpissen, aus dem Sichtbereich rauszukommen. Sitz, Lassi. Ruhig, Bello. Lauf, 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 lauf. Böser Hund. Feiner Hund. Wir provozieren es auch noch. Ja, das freu ich mich jetzt. Was freu ich mich jetzt? Oder auch nisch. Wollte ich sagen, warten wir erstmal. Kocht es hier ab. Weil... Ist jetzt zwar nix, aber da war mal was. Kann der nicht sonst immer... Hier, so... Jetzt... Vielleicht... Das hat sonst immer geklappt, also... Oder ich bin natürlich jetzt schwer blind, das kann natürlich auch sein, dass ich den überhaupt nicht mehr sehe. Hier... Aber ich kann ihn doch hören. Ich glaube... Ach, da... Da ist er. Ja... Ich... Ich... Ich renne immer über die Brücke, ja. Ich finde die Brücke toll. Die... Gar nicht hier ist. Echt? Ja... Ja, aber doch nie. Ich wollte doch erstmal hier die Sackgasse zeigen. Die ist mega. Sie ist echt... Oh... Hier muss ich... Jetzt kommt die Brücke. Äh... Links, ja. Eigentlich... Eigentlich kannst du jetzt... Jetzt kommt hier nochmal... Hier zu unserem... Booding... Booding... Boof! Da vorne ist... Da vorne ist... Aber... Hier konntest du doch... Ich glaube dich links halten... Dann musstest du hier gerade... Aus... Wenn... Ha? Wie? Das kann ja eh sein, was du sagst. War das hier? Das ist auch nicht so weit, wofür ich hier... Was? Der Hasso kommt jetzt... Gleich... Glaub ich... Bei meinem Glück... Feiner Hund... Ich brauch doch irgendwie hier so'n... Das wäre besser gewesen... Ja... 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 Oh... Jetzt hab ich nicht hier... Guck mich hinrennen... Ja... 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 Jetzt geht's los... Geh weg... Guck... Vielleicht hat er das... Nei... Ist schon okay... Ist schon okay... Ich glaub wir rennen jetzt... Die... Die... Die rennen wir direkt durch... ne... Ich weiß nämlich nie, weil der blöde Köder dort ansteht, nämlich wenn ich jetzt auf der Wegwerden erwarte. Hast du Platz? Nein, der macht Platz. Doch, der macht Platz. Der hört auf mich, vielleicht. Ruhig, Bello. Wo soll er? Solange das weit hinter mir ist, ist es vollkommen okay. Ich kann mich noch nie entscheiden, ob ich jetzt erst draufgehe oder direkt zur Chance gehe. Ja, aber wenn ich jetzt draufgehe, bleibt er da stehen. Die Irrenanstalten, ja, da freue ich mich aber. Ja, da freue ich mich auch, dass ich das nicht machen muss. Ach, easy going. Du musst danach durch die geschnetzelte Maschine. Auf, schwer. Gefriertrockner hier? Ne, da sind die Wäschetrockner. Ich will mich jetzt überraschend machen, was man denn ist. Hm? Ich war ja lecker, was das für ein Coop war. Hm. Hm. Ich will mich jetzt hier aufhören. Ich will mich jetzt hier aufhören. Ich will mich jetzt hier aufhören. Hast du Platz? Feiner Hund. Jemand hat die Sicherung entfernt. Komm, lass mir das noch. So, wenn du jetzt von rechts kommen, ist alles gut. Sitz, Lassie! Hasso, Platz! Bleibt er denn? Scheiße! Ich hätte bis zum Schrank laufen sollen, ich Idiot. Mist! Hundefrühstück. Jemand hat die Sicherung entfernt. Nein, keinen Fehler machen hier. Ich warte jetzt hier. Ich müsste ihn eigentlich hören. Der klang mir eben schon zu nah ran. Hatsso, Platz! Braver Köter! Wo ist er denn? Sau, sagt er! So, Renn, 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 Renn. Lauflauben und Leben. Sonst musst du wieder Hundefutter. Der rum. Der rum. Der rum. Nimm die doch mit herkommen. Da ist er. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier zufrieden. Schau. Na ja. Ich bin jetzt hier. Das ist jetzt hier. Ja, ja, ja! Zitz, Lessie! Der geht's. Okay, wir werden sie sicher umholen. Ich schaffe es noch bis zu dem Spind bestimmt. Feiner Hund. Ein bisschen braver, ein bisschen braver. Okay. Kassel, Platz! Vielleicht habe ich das Mikrofon im Kaffee ertränkt. Das ist, das ist gut. Tja, ich wollte dich ja nicht so erschrecken. Ich wollte mich auch nicht so erschrecken. Aber es hat nicht einfach so funktioniert wie es sollte. Oh, Fliege auf den Monitor. So reicht die Zeit jetzt aus um den Aufzug zu rufen? Könnte. Beten wir mal. So. Wir sind immer Optimist. Feiner Hund. Hast du Platz? Böser Hund. Wenn wir um die Ecke kommen, sieht er uns schon. Wir sind schon im Arsch. Geht doch. Rest-Kindergarten. Ruhig, Bello. Man kann sich in den Spinnen verstecken. Klar kann man sich in den Spinnen verstecken, dafür sind die doch da. wie in Alien Isolation, wie in Outlast, in allen Spielen in dieser Richtung. Dafür haben wir dich doch dahingestellt. Auf die Idee kam echt erstaunlich wenig Leute. Spielen alle Horrorspiele bis der Arzt kommt, aber auf die Idee kam keiner. Kein Buch. Hm. Na, welche sind's denn? Die? Ich kann mal sehr aufs Freck nicht merken, welche sind. Das ist gut, Matilda, wir kennen das doch schon. Und tschüss. Da hab ich aber ne ganz schlechte Nachricht. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, der Quatsch. Hab ich mich gefreut. Oder auch nisch. Ich wese nisch mehr. Was? Ja, war ein Versuch. Ich freu mich. Ich, ich, ich erinnere mich, Vage. Ich freu mir. Komm, tu es. Na? Na? Dann renne ich doch besser vor, wa? Echt? Ach, ich weiß es nicht mehr, echt. Da war's Decke, was haben wir da? Da haben wir... Ne, wir nehmen Decke. Ne, wir nehmen. Ne, wir nehmen. Ne, wir nehmen. Jan, Junge. Geh weg. Da war was. Ich mag das nicht. Wenn da so... Wenn da so... Linien auf dem Boden sind... Der lacht schon. Das ist schon scheiße. Das ist schon immer scheiße. Das ist schon immer scheiße. Weil dieses Licht dabei, Junge. Das ist... Das ist schon ein bisschen... Ein bisschen geil. Da geht da... Was machst du denn her? Ich hätte nur wetten können. Als... Als ich losgelaufen bin, wusste ich direkt schon, dass es... Das kann keinen geben, ja. Das ist schon... Äh... Ja, da fahren wir jetzt noch einen Versuch. Ja, und dann... Dann rennt er wieder durch. Ups... Da auch direkt. Was war jetzt? Doch... Nicht... Nicht... Nicht weit genug vorne. Wahrscheinlich. So eine... Ruhig, Bello! Scheiße! Hehehehe! Komm runter! Kannst sagen, Junge, ich stehe aber jetzt... 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 Nervt mich nicht. Lass... Nervt mich noch mal. Huah... Wieso? Wird jetzt... Alter... Asse... So... Was haben wir denn da von der Seite? Das ist nur der... Nuua... Aber er wichte uns da an Bühne. Oh, ich glaub schon. Ich glaub schon, das ist scheiße. Ich glaub, wir gehen vielleicht doch hier rum. Nein, nicht da rum. Na, sag mal... Das ist... Das ist ein super Tipp gewesen, danke. Hätt's auch direkt gesagt, ich soll da nicht geradeaus reinlaufen. Das wär... Soll ich mal stehenbleiben wäre dasselbe gewesen. Das heißt, ich muss... Ja, das ist doch doof. Schon irgendwie ein bisschen... Komm. Da machst du wieder mit mir jetzt, ey. Das gibt jetzt was. Das gibt jetzt was. Komm. Nein, nein. Oh, oh. Oh, nix. Nein! Das ist nicht... Das ist nicht zu langsam. Das tut's gut. Das war in Ordnung. Oh, hättest du mal auf Leid gestellt. Hättest du mal auf Leid gestellt. Böser Hund. Ja. Sitz, Lassi. Mann. Geh weg. So. Bravo. Braver Köter. Komm, komm, komm. Geh nach hinten. Lass mich rein. Raus. Was auch immer. Ich seh nix. Hast du Platz. Ja, wollte ich schon mal gesagt haben. Ja. Oh, ich warte auch nix mehr. Vielleicht. Ich trau mich nicht. Ich weiß nicht, wie das auf schwer ist. Auf zu lachen. Ich glaube, ich geh einfach weiter. Feiner Hund. Ja. Es ist doch so glücklich. Du bist ein spinn. Ich bin braver. Ich bin braver. Okay. Hast du Platz. Ich bin braver. Ich bin braver. Ich glaub... Das Thema hatten wir bereits. Aber schwer, aber ich weiß nicht, ob hier noch was kommt. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass hier nichts mehr kommt. Du kannst doch nicht überraschen. Nee, tu es nicht, komm lass mich in Ruhe, ich geh einfach mal auf und tu in Ruhe. Ich glaube auch. Hör auf! Oh Gott, das ist doch wie ich jetzt hier habe. Das ist schon ein bisschen tief gerade hier, ne? Ich sag mal, ist ja wohl vielleicht mal ein Schnorchel geschenkt oder sowas. Nein, ich komm mal im Bett brennend, was denn da los? Ja, ich dachte, ich muss wieder von vorne anfangen, ohne Quatsch. Ich hatte schon ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, das ist, ja, das ist okay. Das ist okay, dann darf ich hier auch. Aber das wäre jetzt auch zu gut. Ruhig, Bello! So, Maze of Schwer, super, danke dafür. Ja, dachte ich mir. War meine Idee, ja, Schnapsidee. So, dann gucken wir nochmal. Das heißt, mehr Hunde. Nicht zu sagen zwei. Ah, die Schlange. Und das heißt, viel, 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 viel mehr Sackgassen. Und ab und zu zu wenig Blümchen. Blümchen. Und warten wieder Dinge, die da passieren. Feiner Hund. Hier bin ich ein bisschen braver. Hier bin ich ein bisschen braver. Okay. Hato, Platz! Böse Wand. Böse Wand. Wand, Platz. War wieder die Schlange. Ich bin jetzt sicher. Hm. Vielen Dank. Ganz viel Spinn. Schell, schnell, 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 schnell. Böser Hund. Ganz viel Spinn. Das Level erfordert doch kaum Konzentration. So, nee, nee, gar nicht. Null. So. 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 Nächster Rund. Renn, 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 renn. Wie richtig? Nö. Mist. Das sieht gut aus, ja. Ich fange mit dem Weg an, das spielt eh keine Rolle, es ist eh immer der Letzte. Du kannst es anstellen wie du willst, es ist wirklich immer der Letzte. Es ist wirklich so programmiert, egal welchen Weg du nimmst, es ist immer der Letzte. Ich fange mit dem Weg an, das ist immer der Letzte. Ich fange mit dem Weg an. 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 Hmmmm. Ich fange mit den Bäume an. Ich fange mit dem Dreckslabyrinth an. Da sind Bäume. Raus hier. Hasso, Platz! Sitzt, Lessie! So. Haha. Ach, wie schrie. Was erwartet uns denn jetzt? Hasso, Platz! Ah, ja. Ich muss auf dem Spielplatz. Hm. Klar. Hä? Ich will den Stamm vergessen, so ist alles gut. Hm. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Ja, eigentlich. Hm. Hm. Ja. Tschüss. Na. Haha. Das klappt aber zu. So. Oh. Ah. Gut. So wichtig sind sie jetzt gerade auch nicht. So wichtig sind sie jetzt gerade auch nicht. Ohne Strom wird das mal nicht funktionieren. Ohne Strom wird das mal nicht funktionieren. Echt? Wie ein Fuchs. Nicht so schlau. Aber vom Geruch. Ja. Oh ja. Ja. Das ist gut. Du, 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 du. Ja. Ach jetzt kommt er auch hierher. Das Pflegefall ist doch jetzt beleuchtet hier. Du ist... Du ist... Hm. So. Genau wie es ist. So. Dann... Na. Die Ecke noch. Knäppchen drücken. Und einsteigen. Wenn ich jetzt wüsste welches aufhört. Das ist echt mega. Oh Gott. Du könntest meinen, die Bahn fährt nach Colorado, ne? Ja. Das ist mega. Das ist mega. Das ist mega. Ja. Da ist ja so. In der nächsten Mal geht es. Dann beginne. Dann müssen wir das jetzt rein. Das wird falsch verloren. Jetzt geht es gar nicht so. Auf der Valve bestimmt lustig, ja. Das bestimmt. Zu Ende. Schleift schon ein bisschen der Telefon hinzu. Ja. So, weil ich auch sehe, dass der Chat hier gerade mittlerweile auch was ruhiger wird und wir langsam hier auch ein bisschen durch sind, weil es auch ein langer Tag war, würde ich an der Stelle gerne vorschlagen, dass wir für heute Abend tatsächlich Schluss machen. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Ich hoffe, ihr habt natürlich trotzdem heute Abend Spaß und hat euch gut gefallen. Ich werde das, was wir heute Abend alles aufgezeichnet haben, auf jeden Fall morgen, denke ich, im Laufe des Tages auf YouTube hochladen. Ich werde auch nochmal alles verlinken und so weiter. Geht dann auch auf die Facebook-Seiten und ich schicke euch auch nochmal die Links und keine Ahnung. Erstmal danke nochmal, dass ihr alle zugeschaut habt und ja, ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Tagen, im nächsten Stream nochmal wieder. Würde mich immer sehr freuen. Ansonsten, genau, teilt das Ganze rum wie verrückt. Gerade die Kickstarter-Kampagnen-Seite und drückt es jedem in die Hand, der es noch nicht kennt. Oma, Opa, Katze, Hund und so weiter. Und zum Thema Hund. Böser Hund. Genau. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch alles gute, schöne Träume noch, was ich was alles halt und ansonsten erstmal noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao. Ciao.